Ui Mit ihnen alle 5. Star. Ich kann wenn ihr durch darfst dann dann ... Erschluss bestimmt noch Und ich kann Action, Penta-Crisst Na 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 Ah ich bin so bad man. Das war so Pre Penta Ich bin besser Junge Das sieht doch super geil aus Ich bin best, ich bin best Was seh ich hier an? Hä? Das ist der Blitzcrank Bait Aber sah gut aus. Okay, das war der Blitzcrank-Bait. Wenn man selber flasht, flasht die Gegner auch. Aber sie hat erkennt, ne. Oh nein, die holt dich. Nee, nee, tut sie nicht. Ah, Freddy! Oh, sie hat nicht goldet. Okay. Okay, okay. Erst? Ich hab auch... Die hast du getrapt, ne? Der Autopuff, yep. Kettl? Ja, oh mein Gott. Chase, one hit. Oh, no. Oh, no. Äh... Actually, ich wurde einfach nicht... Einen Bären wurde an mich verschwendet. Merkst du, wie low elo du grad bist? Ja, eins. Sie geht, sie geht. Schon wird noch nicht mehr gebannt. Nicht mal der Erste wird gebannt. Kein Respekt mehr. Die haben halt okay'n Poke. Außer Ornn keinen Gage. Ich glaub, wir gewinnen halt einfach, weil unser Kom gleich da zu spielen ist. Und wir alle scheiße sind hier, die das Spiel spielen. Deswegen... Gewinnen wir, denk ich. So bad. Begneit du? Oh, ich bin ja nicht da. Bin fein, danke, ja. Begneit... Mach dich. Ja, nie das bei mir. Stopp. Oh, das ist sogar Bad, Alter. Warum glaubt sie, dass sie gewinnt? Ich hab keinen Harn und Bottes, da ihr will. Ah, legit. Hör ich gerne, hör ich gerne. Äh, lass nicht Sword pushen, lass nicht Sword pushen. Ich hab Flash. Jo, ich hatte es dann, brauchst nicht Flashen. Nice, nice. Keine Aussie tun. Müsst ihr nicht, ne? Müsst ihr nicht, bin ich da. Also wenn wir... Ich kann, wir können zielen dir noch. Wir können auch springen, glaub ich. Bei dir kommt, bei dir kommt. Ich komm, ja, ja, ich brauche noch. Was war denn? Ist auf eine Rede, die geht. Okay. Ich hab Botteln weggesand. Wir übernehmen, wir übernehmen. Boah, ihr seid so gut. Let's go, schon. Wie das Gefühl das Niederliche ist. Oh, ey. Das ist so... Die beiden, die beiden einfach. Nett. Ja, die könnte kurz sein. Kacke gelaufen. Kacke gelaufen. Haben wir noch? Guck dir noch. Guck dir noch. Ah, die mir ist, komm. Der Bult. 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 Ich hab... Boah, ich hab fast was Schlimmes gesagt. Äh, äh. Da, da. Oh, guck es dir. Ja. Hab ich gespinnen. Die dann eben noch. Ja. Der Bult. Ich hätte noch Flash. Ey, das war echt die Kloser. Das war schlecht von mir. Also, wir nehmen mindestens zwei mit, wenn ich's gut spiele. War auch schwierig. Fand ich. Geht, glaub ich sogar. Ich glaub, ich bin einfach Scheiße. Dieses schwächste Glied aus unserem Team, ey. Crazy. Ja, Niholi ist top. Ja, und ich hab's verkackt. Bei deinem? Niholi ist gerade geblorben. Äh... Ich hab 8 Sekunden noch ulti gebrorben. Danke. Sollen können wir sie auf jeden Fall, wenn sie greenen können. Ja. Ja. Alle Flash, Jutsch. Doppelflash. Ich geb ihnen zwei. Gip hier auf mich. Ja, ich bin mit der Kandel oder so. Ich brauchst du Predigate. Und ich fink damit. On. Ich geh raus. Okay. Okay, movement. On Flash. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Die waren... Die waren richtig sauer gerade noch auf mich holen. Jo. Also, bis 15, 10, circa. Ich hab' einen Reset holen, damit ich meinen Loons. Potem, potem. 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 Ich lebe. Ich würd swappen. Maybe könnt ihr halt was machen mit TP von Blank? Nih sicher. Hier? Äh... Ich komm mit. Ja, go, go. Okay. Hilfe, hilf, hilf, hilf. Ja, ja. Komm. Ich move auch. Ich move auch, ja. Auf Zibi, auf Zibi, auf Zibi. Zibi muss hier sein. Die hat wieder Flash, aber keine Ult. Korki, move da auf? Auf Korki, maybe danach? Maybe da auf Korki, auf Korki, auf Korki, auf Korki, auf Korki. Ich hab' Sun auf dem, ich hab' Sun auf den. Ich kann da nicht hoch. Schöner. Oh, schön. Nice. Aber dann scheiß die Picotte, oder? Okay, ich geh mit. Sehr, sehr gut. On ist weg. Ja, der Korki, find's die. 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 Ja, die Korki, find's die. Ja, auf jeden Fall. Soll ich Bordern gehen jetzt, oder soll ich Korki? Okay, WTB, WP. Raus, raus, lauf, 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 lauf. Raus, 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 lauf, lauf. Lass uns uns flammen, lass uns uns flammen. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich sterb' ich. Okay. Okay. Ich hab... Auf der Seite hier können wir fallen, du hast die Nutz? Ja. Zibi geflasht. Ja, ne? Ja, die können wir jetzt einfach runter. Zibi ist geflasht, ja, ja. Ja, die Nutzung. 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 Oh, sorry. Korki, Korki, Korki. Oh mein Gott, der Dammt. Oh, nice. Ich nehm noch die Bodybuilder und Bersicher, ich weiß. Ja, das ist Kumo. Ja, das ist Kumo. Gen, können wir Nash fassen? Ich kann nicht. Lass, lass den Nash fassen, lass den Nash fassen. Die haben halt, äh, die haben jetzt beide gleich wieder TP an, 10 Sekunden. Ja, ist okay, ist okay. Ich hab Red White, ich mach ultra viel Schaden an Nash. Ja, Korki kann. Cool. Für TP. Auf TP, auf TP, auf TP. Kann Korki aufbrechen. 1,3, ich bin jetzt. Renn, 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 renn. Wartet. Hm. Mhm. Okay, reset. Mhm. Eiger, schlägt der Korn. Wir müssen viel weiter für Turn spielen. Siebel muss sterben. Ich move von der Seite, ich move von der Seite. Ja, ja, siebel, 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 siebel. Good job. Ich denke das, wir seid ja so gut. Oh, wir hätten Mails so enden, können wir nicht Platz bleiben? Ich bin okay. Oh, doch, ne? Oh, sind doch okay. Einfach fair. Einfach fair. Von nicht on. Hehehehe. Was ist mir denn? Einfach voll, nehm, Digga, 10 Jahre bis er on tot ist. Ach der, ne. Oh, my shit. Und dann? Run, 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 run. Run, 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 run. Okay. Oh, ich hab ja nur Ulti. Ja. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott, okay. Oh, mein Gott, okay. Sivir, Sivir, Sivir. Ja, ich hab die Sivir, ich hab die Sivir, sie ist tot. Ist tot? Wir haben gleich ne Wave, wir haben gleich ne Wave. Okay. Das ist sehr deep, das ist sehr deep. Ich hab die Sivir, ich hab die Sivir, ich hab die Sivir, ich hab die Sivir. Das mag ich nicht. Ist okay. Ich kann ja nur Jaden sein. Äh, ah ne. Oh, 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 ne. Der ist Half-Life, wenn der hier rauskommt, der kommt hier oben raus. Ja, der hat 10 Ende geworgen. Ich kann es zu dir. Was? Reset to be. Reset to be, finish. Reset to be, finish. The Midway. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich glaub das war schon mal. Okay. Das war ein sehr viel schöneres Game als das Flex-Q-Game. Ja, die war aber nicht so sauber. Nein, nein. Super sauber war es jetzt nicht. Aber im Gegensatz zum Flex-Q-Game war es eben schon sehr sauber unter den letzten Fruits. Ja. Es ist ein fresh First-Pick. Ja. Aber für was Jinx weg und dann mit dem First-Pick man fresh, was? Oh. Gib mir der Sivir. Ja. Haben wir hier einen Support dazu direkt, oder? Nautilus. Blitzcrank. Kann es uns für ein Lissin gehen oder so? Ich glaub Early-Game. Wenn wir Early-Game-Koordiniert spielen, ist das Game mit Simi durch. Alles klar, macht den Lissin klar. Der Ansage muss ich noch sehen. Müssen wir den Lissin jetzt schon pingen? Ja, müssen wir. Nach der Ansage. Was haben wir denn sonst auf Support? Nautilus aber noch oder was anderes? Ne, das überlegen wir auch gar nicht erst. Achso. Ne, wir picken jetzt die Simi. Okay. Ganz klar. Das ist aber auch so, ja. Eier auf den Tisch. Ich wollte heute auch nicht gewinnen. Alles gut. Actually, das ist ja auch ein Rexxer. Die sind gar nicht so smart an. Die sind so pingen, ne? Ne. Ne, das ist ziemlich dumm sogar. Jetzt kommt Rexxai Poppy. Ich könnte auch einen Vega einfach spielen. Komplett farm. Okay, okay. Wie dich? Das passt so in unserem Early-Game-Play. Das ist gut. Ein sehr experimenteller Playstyle. Wir sind so am Ego eines Geistes. Wir haben einen eigenen Game. Nicht mal clean. Direkt 4 Ego-Picks. Das ist schon hart. Hier halt aber auch. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht mal drauf. Oh, das ist Whisky. Kann ich hinten. Ihr seid dran. Ah, ist okay. Definitiv okay. Level 2 gekommen. Okay. Kein Tower-Shot mehr. Ist das crazy. Will noch sein Leben. K保, K保, K保. Bein. Ich habe keine Vision. Ich bin einfach Gigabit, ganz die Lashersen, Access-Bit. Los. Ich bin so ein Inter-Mann. Ich hab's dir gecallt. Flasch da einnehmen. Korki hat Flasch. Was soll ich nehmen? Muss auch nicht. Schade, das wär so schön. BOMBA! Bist du am Ende, Steffen? Oh mein Gott. Okay, 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 movement, okay. Der Flasch hat keinen Flasch. Aber Rex ist dahinter, das ist toll. Ja, wir gehen raus, wir gehen raus. Oh, du bist der Dieb, du bist der Dieb raus raus, Jan, ist was? Ich glaube, Leblanc gut, Leblanc gut, ja. Ja, ja. Cool. Nice, Leblanc ist noch da, Leblanc ist noch da, ja. Mhm, Jan es kennt nur einen Weg. Ja, Leblanc ist nicht da, wir haben baited, wir haben baited. Fünf Huck, fünf Huck. Okay, wer soll das denn? Ich hab nicht dran geglaubt, aber du bist ein Macher, Jan es. Oha? Was? Leblanc, ich hab TP, falls die da sind. Der wird komplett von mir backbombat, das ist einfach crazy. Also ich spiel halt... Oh, Leblanc, 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 Leblanc. Giga-Deads. Ich hab E, aber man nicht. Okay, das ist ja der Dieb stark. Ich würd immer noch gerne eigentlich die... Das ist der Curling-Captain. Alter, du Macher. Okay. Weit up. Ja. Oh, schau mal. Ich bin nicht, Leblanc, Leblanc. Oh, was machen die denn da? Leblanc, 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 Leblanc. Oh, was machen die denn da? Na, ich bin hier hart am Chain. Flash hat wieder seinen Flash gewastet. Am 50. Ah, schade. Ich dachte, das wäre Prime League und kein Casual-Flags. Da hast du falsch gedacht. Ne, Casual-Flags laufen nicht so cool. Casual-Flags verlieren wir nämlich alle. Ich bin beißen. Oho. 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 Bin um den Weg. Bin um den Weg. Bin um den Weg. Äh, ich muss auch. Okay. Sind wir mit sehr vielen Leuten. Ich bin da, ich war. Und noch ein bisschen. Scheiße, Leblanc, Leblanc. Ja. Du bist dreimal gecancelt, Mann. Wir können das. Wir können das. Ne, Mann, haben die keine Papi. Nee, 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 nee. Ehrlich so. Oh, okay. Ist ein bisschen. Oge, Bombe! Oh, Leblanc ist hier unten. Good after, good after. Sag, er ist nichts ab. 5 Sekunden Drag, sollen wir fallen. Wir haben kein TP auf Weiger, ne? Das ist super grief. Das ist super grief. Das ist super grief. Ich will Botlan. Ja, lass Botlan pushen. Okay. Oh, mein. Das ist richtig. Das ist richtig. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Sind alle bei euch? Ich glaube schon, ja. Die werden jetzt roter movement, denke ich. Komm. Und ich muss hoch movement. Oh, die kommen doch nicht. Okay, weil ich bleib, ich bleib. Okay. Okay. Albert. Was hat das denn? Digga, jetzt wenn niemand Botmove, die sind so dumm, Mann. Wenn ich da nicht hinter, sind die so am griefen, ne? Dann gehen wir nach der Tür für gar nichts. Ach, Digga, das ergibt so keinen Sinn. Das ist ja egal, das ist nichts ab. Oh, ich habe jetzt auch meinen Rotten. Nee, nee, nee. Der muss nicht hoch. Nee, der muss nicht hoch. Der ist ja hier. 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 Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Okay, wir müssen's los spielen. Los, 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 los. Oh, ich jutsch. Oh, das heppert. Kann ich mehr machen? Oben ist ein Geep, von oben ist ein Geep, von oben ist ein Geep. Kenne, Kenne, ich exaußte? Okay, das ist für ihr dann. GG. Harold, können wir enden? Und? Er hat auch noch... Enden. Mit Harold? Not sure. Ja, ich glaub schon, actually. Nee, nee, enden können wir nicht, actually. Enden ist zu viel, aber... Ja, ja. Aber wir können, wir können, wir können, wir können. Ey, wir sind Supershoppers. Digga, die Ultis sind aber auch... Schöne Marklapper, tatsächlich. Können wir noch? Mit inif können wir nehmen. Mit inif? Oh, stimmt. Ich hol mit a wave. Da ist dieser Vega plötzlich. Ja, aber... Ah, why me? Oh. Wuh. Hi. Und bleed. Hier? Alleiner fehlt. Schnell binden. Good job. Das Game geht einfach schnell auf das andere. Oh, man. Endlich mal Games, wo ich nicht usedes war. Ich hab doch gesagt, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten mit dem nächsten Games gewonnen. Die ersten 10 Minuten waren nicht so schlecht, ne? Ja, danach war ein bisschen schwierig. Ja, zwei super clean Games von uns. XD Ey, das zweite Game war relativ clean, bis wir dieses eine... Also, okay, nicht relativ clean, aber dieser eine Fight war komplett troll. Mit dem T1, T2, den wir den gegeben haben. Und den 4K. Ja, den, wo ich hundertmal meinte, dass wir ihn nicht nehmen sollen. Und dann haben wir ihn nicht genommen und dann sind wir noch mal reingelog gestorben. Ja, das war gut. Ja. Lass ihn nicht nehmen, lass ihn nicht nehmen. Dann stab ich ab und der Dreck sei hier. Knock out into Flash. Kennen wir das? Das war terrible. So, ein guter Startnitzer. Ja, das konnte man machen. War ein guter Startnitzer. Wir müssen aber auch actually anspannen, ne? Es wird actually super schwer aufzusteigen. Ende 4 Aufsteigen ist richtig schwer. Also als Player ist das super schwer. Ja. Dann bis zum Schluss kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Lasst Liebe da. Bei den anderen Rentnern sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Gern ein Follower bei denen da lassen auf Twitch. Und ja, morgen habe ich ein SV Game des Tages für euch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und bis morgen. Kuss, kuss. Ich schwöre, ich will party nach dem Game. Das ist so krass, bro.